Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer anderen Folge von Counter-Strike Global Offensive, diesmal in einer Special Edition, nicht nur kämpft Team Peatspeed in voller Montur gegen die Montagslobby, bestehend aus Matteo, Dadosch, Daluca, Trillux und Leon, sondern wir spielen auf Mirage Mini und müssen jetzt erstmal besser. Alter, guck mal wie klein die Männchen an sind. Können wir irgendwie, warte mal hier, boostet mich mal, boostet mich mal. Oder ich fußte schnell. Hier, da können wir von oben attackieren. Sie kommen, sie kommen. Sie kommen, sie kommen, spring von oben runter. Sepp kommt nicht weiter, die nächsten, die nächsten, die nächsten, die greifen an. Nice, da war schon der erste Teamkill. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer! Nice! Wir wollen T-Spiel. Eine Runde gewonnen. Ne, CT, oder? Wollen wir? Wir wollen CT spielen, okay. Ich bin für CT. Ja, CT ist immer geiler. Ist das scheißegal. Gut, dann swappen wir. Okay, Jay und ich, ne, wir verstehen uns, wir sind auf B, ist logisch. Wir gehen, können B gehen, ja. Wie funktioniert denn jetzt hier, kann man jetzt hier rushen? Ich glaube nicht. Weil, ist halt, ja, aber die brauchen ja genauso lange wie wir. Ja, aber die brauchen A. Weiß ich nicht, wie lange hat das jetzt dauert. Ach so, du hast absolut recht. Das ist wahrscheinlich sogar einfacher jetzt auf T-Seite, weil du kannst ja nicht stacken. Ja, genau. Wir werden schon sehen. Du kannst die ganzen Abkürzung nicht. Aber die brauchen ja auch so lange, die sind ja genauso klein wie wir. Ich würde sagen, da wir ja gegen Trill spielen, wer ist Trill von denen? Ist das Cat oder Bulldog? Ja, ich habe die jetzt in Zukunft. Bulldog. Bei mir heißen die alle, wie die... Bulldog. Ach so. Das heißen die auch alle. Warte, ich bin gleich da. Jetzt bin ich auf A. Können wir hier drüber springen, Jay? Wir werden sehen. Halten wir nochmal fest. Wir wollen wenigstens eine Runde holen, oder? Du kannst kaum über die Mitte drüber gucken, Alter. Die Messerrunde haben wir geholt. Ich gucke Palace, Christian. Die zählen sich jetzt nirgendwo. Ich habe mich irgendwo hingekämmt, Sepp. Oh, Steps B. Guck Palace? Die gehen aber unten rum, glaube ich. Die gehen unten rum. Oh. Da gucke ich Mitte. Oh. Nein, jetzt sind sie noch oben. Nein! Ich werde schon gedrückt, Alter. Ich habe Dadosch. Ich habe Bulldog. Okay, ich habe zwei geholt. Jetzt geht's los. Sind die schon runtergesprungen da? Ja. Ja, die waren schon unten am Baden. Alter, wenn du durch den Tunnel gehst bei Mirage, ist das echt beschissen. Ja, haben mich auch. Wir haben drei geholt von denen. Die sind schon unten. Die sind schon unten. Komm, ich puste dich. Die sind schon unten. Ja. Nice. Letzter. Einer. Da, unten. Ein. Der ist direkt hier vorne. Mach den weg. Unter der. Oh Gott. Ne, habe ich nicht. Nein, Mann, wie können wir denn dann drei gegen eins verlieren? Also ich finde auch, Dalu sollte nicht hier mit Trimax zusammenspielen, weil... Dalu hat einen Ace gemacht. Also, nee, also... Ja, also... Den lassen wir uns von Dalu-Card echt acen? Ja, voll blöd. Der kann ja gar nichts, der Dalu-Card. Das darf nicht wahr sein. Ah, passiert. Oh shit, ich hab... Wir spielen ja keinen Rank, ne? Hast du schon wieder voll gekauft, oder? Nein. Nicht voll. Hey, wieso ist denn das hier kaputt? Du hast doch noch tausend. Da kommst du das gar nicht durch. Wahrscheinlich voll. Wahrscheinlich. Als ob der auch ne Piff-Piff gekauft hat. Ja, ne Piff-Piff hier bei A. Ach, deine Mutti, Alter. Der hat schneller geschossen, als ich... Kommt man denn hier hoch? Komm ich da hoch? Der ist immer noch da. Ja, doch hier komm ich hoch. Christian, der sitzt da im Torbogen. Haben die B verzögert? Ich guck nochmal B. Mutti, smoke mich. Smoken auf A. Ah, smoke und... Ich geh nicht durch. Und Flash. Und Flash. Anders Palace. Dalu hat AK schon. Klar. Oh, einer ist Mitte auch. Das ist Leon. Dalu ist runtergedrofft bisher. Ja, ich hab Dalu. Dann hast du jetzt ne AK, wa? Mhm. Goi. Aber Dalu war alleine hier. Ja. Leon war Mitte, ne? Nur zur Info. Also der andere ist nicht mehr da hinten. B-Short ist Leon gekommen. Die Piff-Piff ist weg. Und die auf B ist? Ja, die kannst du B verschoben haben. Ja, die kannst du B verschoben haben. Den 3er-BB kurz vorfahren, damit wir rüberfahren können. Okay, die Granaten sind echt lächerlich. Ja. So, du laufst einfach drumherum. Genau. Du schmeißt die Brandgranate oder das Smoke jetzt einfach drumherum. Sepp, jetzt renn noch mal schneller. Ja, wirklich. Ich versuch in die Mitte zu gehen. Mitte seh ich nix. Ja, weggeplantet. Ja, das ist so. Schön. Nice. Ah, shit. Nice. Ja, aber ihr habt jetzt noch 3 gegen 3. Das ist natürlich schwierig, aber immerhin. Zwei sind Küche jetzt von uns, Sepp. Hey, ich seh das. Ich hab auf euch gewartet. Okay. Einer ist oben, Epps. Der ist links in der Ecke. Ah, scheiße. Wer ist? Wo ist denn? Der ist halt, ja, in der Ecke. Und der eine ist oben, halt in der Epps. Mach den unten weg, den oben. Der oben kann ich sogar nicht treffen, oder? Der ist beschort, oder? Der kann ich sogar nicht treffen, oder? Der kann ich nicht treffen, oben. Der kommt! Du musst rennen, du musst rennen. Egal. Oh! Oh, Alter, wie eng das war. Das war eigentlich gut. Aber ey, nice. Aber war gut, war ne gute Runde. War ne gute Runde. Ja, ohne Witz. Dafür dat dat quasi, ne? Ja, jetzt müssen wir holen. Ja, das Problem ist, Sepp... Ja, du musst Sepp ins Geld. Alles gut, alles gut. Doch, doch. Ich hab Geld. Hast du da schon gekauft? Okay, sorry. Mein Fehler. Ich hab auch genug. Ja, kein Problem, Peter. Komm, wir haben uns eine Runde holen wir. Ich hatte kein Geld. Ich hab ne Brandgranate, Jay. Aber wobei, die muss ich jetzt später werfen, bis die ankommen, ne? Wir müssen auch aufpassen, wie die fliegen. Ich hab eben versucht, die abprallen zu lassen. Aber bis da fliegt die ja gar nicht, weil die Map so groß ist. Ach so, ja. Könnte eng werden. So, gleich hoch. Nice, Brahm. Das ist die Bombe sogar. Ja, aber da ist noch einer. Ja, der muss sie wieder mit. Weiß halt nicht, wo die Köpfe rausgucken. Vier Mitte. Drei Mitte. Drei Mitte. Nicht vier. Drei hab ich gesehen. Oh ja, der ist schon unten. Der ist schon unten. Die können immer noch, was hat mir gegeben. 62 hab ich da, du, gegeben. In die A? Was, was er mich gesehen hat. Ja, die gehen Richtung A. Die sind noch in Mitte, oder? Also ich würde auch noch nicht safe callen, hat die A gehen, aber die standen halt da. Ja, hier ist noch keiner. Scheiße, der da gibt. Gehen wir wieder B? Nee, A. Einer auf jeden Fall. Einer war. Oh, Alter. Hab ich mich ja... Von wo? Haben die geboostet? Ich hab keine Ahnung. Hab ich mich erschrocken. Die sind so klein, Jay. Die können jetzt für richtig kleine Löcher. Ich hab halt keine Ahnung. Ich war in der Küche. Einer streunert noch hier rum. Wo ist denn der jetzt? Die haben Dreier-Tower gemacht, um durch Jungle zu gehen. Durch das Fenster durch. Einer war noch irgendwie unterwegs. Ich lebe noch. Ich habe Puls. Die haben wir noch nicht geplantet. Die haben ein bisschen Schiss. Ich glaub... Oh, ich glaub die flaschen auf A. Ich glaub, die wollen nicht auf A holen. Da war aber nur einer. Das ist jetzt doof. Die haben nur Richtung A geworfen, oder so. Ich glaub, die sind B. Ich glaub auch. Ja, bis du die Bombe hörst, ne? Das ist sowieso schon vorbei. Vier Gegner. Du musst jetzt unfassbar lange laufen. Ich frage mich, warum, der mich gekillt hat. Ich würd sagen, er... Das ist A. Ich hör nix. Das ist A. Ja, krass. Ja, kommst du doch schnell rüber. Du hast mit dem Jungle aus die Bombe nicht hören kannst. Jetzt hör ich die Bombe. Jetzt hörst du sie. Oh. Hä? Hä? Wie ist das denn? Okay. Was denn nix? Ich wollte... Nein, da. Knapp, Echo. Huch, knapp. Ja, Echo neu, ne? Geben wir irgendwo gegen, oder wat? Oh, es gibt hier gar keinen, gar keinen Losers-Bonus, oder wat? Wollen wir alle durch in die Mitte? Äh, müsste aber eigentlich kommen. Das ist ja erst Runde 3. Nee, aber der wird auch gar nicht angezeigt. Der müsste, müsste ange... Also, müsste es gehen. Die Leisten werden eigentlich angezeigt. Mitte. Okay. Ah, mit kleinen Umweg sind wir wieder auf. Ja, Christian, ich bin deiner Waffe auf der Spur. Du musst ja aufpassen, wenn du runter springst. Du musst auf das Vordach springen, ansonsten kriegst du Damage. Aber wenn Mitte keiner ist, dann sollten wir nicht durchpusschen, oder? Oh Gott, da komm ich gar nicht hin. Da war ein Smoky, denn die Leidenschaften, Alter. Nice, haben wir. War der hinter uns? Nee, der war vor uns. Was? Okay, komm, ich lauf mal für dich vor, Jay. Nein, nein, Leon ist auch so gut. Die haben auf A geflasht. Wir brauchen halt ewig, Leute, ne? Also... Ja, dann lass doch jetzt über A, lass doch zu A geflasht. Wir nehmen die in die Zange auf A. Ja, genau. Ja. Ach du Scheiße, der muss richtig laufen, ey. Deswegen, der dort halt... Ich weiß, weil keiner hat, wo die Köpfchen hin müssen. Das ist halt echt kacke. Köpfchen müssen in den Graben. Der, wo die... Nein, wo die, wo ich hinziehen muss. Ich glaub, ja, wir wissen, was da Höhe ist. Einer oben, Pellet. Einer oben. Okay. Scheiße, der hat uns... Oh Gott. Oh nice, Jay. Alter, den hast du richtig rum. Da stand auf der Kiste wieder. Ja, gar nix, ey. Nice. Jetzt versteht die sich einfach. Nein. Nein. Überlebens ist da noch. Ey. Stehst ja quasi auf dem Bombenplatz. Zumindest die AK noch mitgenommen. Ach, Scheiße. Ach komm ey, eine Runde. Soll da irgendwie ein... Ja, schaffen wir. So, ja, ist schon noch kaufen. Ich fühle das heute. Könnte ich gerne meine M4 tauschen, bitte? Ist schon lustig die Web, muss ich sagen. Ja, ja, das ist schon mal außergewöhnliches auf jeden Fall. Ich hab voll auf den Bildschirm gespuckt. Weil die Map so lustig ist. Ja, weil die Map so lustig ist. Jetzt kommt wieder ein Move mit Krüppel J. Pass auf. Ich hab keine Waffe. Nein, ich hab keine Kettflagge geholt. Oh Gott. Als ob du keine Kettflagge geholt hast. Nein. Braucht man nicht gegen die. Das ist nicht so einfach, da zu werfen. Wir hören hier noch nix auf B. A auch noch nicht. Bitte nicht. Oh, jetzt hab ich was gehört. Ja, Steps. Du hörst hier aus. Ich schmeiß mich hier. Kann aber auch sein, dass die unten rumgehen, Bram. Die werden wir gleich instant den Headshot drücken. Ich guck mal unten. Ich hab auch nur einen oder so springen hören, wenn ich ehrlich bin. Das sieht so bescheuert aus. Oh ja, ich seh da oben einen. Flash? Oh, ich seh gar nix. Apartments sind zwei Flashes gewesen. Oh, sie sind direkt runtergesprungen. 32 hab ich nicht. Naja. Ach, mei, ist doch mit der Einer noch. Nachzügler. Hab ich uns geschossen. Christian, kann sein, dass der hinter dir kommt. Genau, ich muss Bram helfen. Jaja, aber nur, dass du weißt. Nice. Das war die Bombe. Jetzt kommt langsam einer von hinten kommen, ne? Die ist ja schon geblättet. Die Bombe ist schon gelegt, Alter. Naja. Der hat dich gesehen, Christian. Naja, der hat gesehen, wenn ich gucke. Also einer ist hinter uns. Einer ist hinter uns. Ah, die kriegen wir nicht mehr. Echte Seite, nice. Und einer ist schwach. Kann er denn ziehen? Ja, die schieß halt, ne? Also, das reicht nicht. Also, too late, run. Scheiße. Ist durch. Ist durch. Wenn er jetzt hier auf A ist und auf B wird gefläht sind. Das ist halt belastend. Musst er einfach rein. Er hätt echt Zielseite nehmen müssen. Kacke. Ja. Da wussten wir ja vorher nicht, ne? Ja, normalerweise sind wir auf CT besser, aber das hatte ich nicht so schnell auf dem Schirm, tatsächlich, dass das hier ja die große Karte ist. Egal. Eine Runde. Eine Runde. Eine Runde. Die eine T-Runde holen wir dann. Das ist unser Anspruch. Ja, das ist aber eine fucking Pistolenrunde. Ja, aber das deckt man trotzdem. Nach der ersten Pistolenrunde holen wir dann noch mehr raus. Ah, ja, A. Drei Leute. Durch. Ja, ich komm. Ich hopp mich hier hin. Ja, da ist schon ein Sniper. Schön, Christian. Zwei oben. Zwei oben. Zwei oben, alles. Ah, was denn? Ja, einer ist oben auf dem Holz und weiß es nicht. Grund zum Peter. Nimm meiner unten. Ja, der da unten. Und der letzte unten ist er. Ganz hinten links in der Ecke, oder komm ich niemals hin? In meiner Network. Der ist hinter der Christe von dir aus jetzt still. Ja, genau da. Lukas. Oh, nice. Anfah. Geht doch. Schön, Peter. Geht doch. Geht doch, geht doch. Jawohl! Guck mal, jetzt können wir auch entspannt spielen. Ja! Geil! Ja, perfekt. Gute Runde. Ja, ohne Witz. Christian auch. Richtig stark gestossen. Jay, kannst du mir irgendwas legen? Das wissen du. Ich bin dir die Aabe. I flennt. Alright gentlemen, this is it. Das sagt er bei jedem, das ist ja voll... Wer von denen ist jetzt... Wer von denen ist jetzt Cat? Guck mal, Dalu ist sogar besser als Talux. Wer ist gerade, wer ist gerade zweiter von denen? Äh, Matteo. Mantle? Achso, okay. Ja, ganz ehrlich, Dalu ist auch der einzige, der von denen wahrscheinlich nicht tryhardet. Zwei Leute noch Mitte. Talux habe ich. Dalu lebt noch. Ja, zwei Mitte geht zurück. Äh, komm bestimmt wieder rüber. Da sind sie nach hinten weggegangen. Da ist die Short aus. Äh, komm aber wieder Mitte. Noch einer Short. Mitte ist auf jeden Fall nur einer. Die gehen, ähm, hier, da wo du die Leiter hochgehen kannst, äh, zu Jungle oder wie das Fenster heißt. What, die gehen auf A? Ja, der geht zur Jungle. Jo, komm ich doch gerade her, was wollen des? Jo, die Bombe ist, äh, Jungle. Nice. Ist der direkt vor dir? Du, ich musste nachladen. Ich hab nicht damit gerechnet, dass hier so ein Wilder kommt. Okay, dann geh ich doch mal da die Bombe schützen, ne? Einer ist ja schon durch, ne? Ach Gott! Er hat 2 in 4, ey. Alter, hab ich halt... Scheiße geschossen. Nimm die Awe mit. Die kostet viel. Wo ist die? Es ist so schwer. Ja, egal. Aber Trill hat, glaub ich, auch richtig Probleme, weil er ja immer schon genau weiß, auf welcher Höhe er wahrscheinlich ziel muss bei gewissen Ecken. Ich glaub, Trill macht einfach Quatsch. Der hat 3-5, Junge. Der macht überhaupt nichts ordentlich. Dalu ist der einzige, der sicher... Doch. Ich glaub, vielleicht will er einfach zu verlieren, um Dalu zu ärgern. Damit Dalu wieder verliert. Ziemlich lustig, ehrlich gesagt. Dalu ist einfach mit zwölf Kills vorne in die anderen. Einfach gar nichts da machen. Ha, ha, Rush. Na ja, Rush. Ich renne, also... Boah. Oh, fuck. Einer ist im Smoke drin gewesen, hier kurz vorne. Ja. Oh, schade, Sim. Die haben sich so schön aufgeschwärt. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Links, 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 links. Das wär so'n nicer Trick of Care gewesen. Alter! Äh, 3-5. Voll geil. Let's go! Mal gucken, ob man Trill dann ernst macht. Das ist wie der Cheater, der auf einmal die Cheats anfängt. Ja! Sehen wir dann gleich auf einmal. Hatsch, 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 Hatsch. Ja, der spielt dann mit der Büff, ja. Yes, sir. Ei, ei, ei. Beef, beef, wie die ist. Beef, beef. Ey, Sepp, ich kann dir auch überlegen, ne? Ich hab 10.000, so. Ja, machen wir nächste Runde, ne? Ah, Sepp, wieder keinen Diffuser gekauft mit seinen 250 Dollar. Ich mag das auch nicht. Ich tue die einfach vorher. Alter! Oh, ey. Sorry. Immer diese Leute, die ja nicht springen können, ey. Geht gar nicht. Immerhin hab ich Kevlar diesmal gekauft. Peter, Peter, Peter! Komm her, komm her! Komm her! Nein, ich hör die! Scheiße! Hat getroffen. Oh Gott. Okay, jetzt kann ich, jetzt kann ich machen. Komm her, komm her! Komm hoch! Ja? Sind die schon drauf? Machst du da hoch? Warte. Warte. Ne. Die sind glaub ich schon hier. Einer ist oben. Ist zurück. Und kassiert. Nice. Trilux macht nur Bullshit, Alter! Oh Gott. Oh, da war ja noch einer. Oh Mann. Erläutern. Erläutern. Au. Wo war der? Oben? Die waren bisher Apps. Ah, die. Kack! Schmutz, ey. Alter hat wehgetan. Die waren am Ende am... Ja. Also des Ganges. Oh, nice! Alter. Nice! Komm, Bram! Zwei noch. Ja. Muss kurz. Ihr Wichser. Er ist hinten an der Bank. Ja, hab ich gesehen. Er wird sich nicht zeigen. Doch, der ist cocky. Der zeigt sich. Ey, der war doch... Ist das sicher? Ich glaub, der ist auch schon gar nicht mehr. Da haben wir ein Messer oder was? Ja, die Gebäude sind stort. Oh Gott. Komm, die Messer. Das war so knapp. Das war richtig knapp. Scheiße. Oh, richtig schade. Wie die Sekunde genau wusste er, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Richtig schade. Ja, da hab ich ihn dir legen lassen. Wem soll ich legen? Christian und Sepp? Mir, ja. Kein Thema, kein Thema. Kamelle, Kamelle, Kamelle. Ah, ist das bitter. Danke, Peter. Mach du ne schöne Waffe, Alter. Das ist natürlich da wirklich so ein Ding, weil du kannst einfach um dieses Scheißteil rumlaufen. Das ist so gigantisch. Ja. Diese Säule. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich mich aufstellen soll, weißt? Ich hab so meine Standardspots, die ich halt immer ablaufe. Ah, keiner. Ich bin da übrigens nicht hochgekommen. Willst du das mal probieren? Ja, oder hier, oder sowas. War schon einer durch? Ja, das geht nicht. Doch! Ruf! Ich muss auch springen. Wenn ich auch springe, geht's. Oh, Alter. Der hat mir richtig mehr da gegeben. Wie bitter ist das jetzt? Ich kann leider nicht rüber gehen. Wir müssen hier bleiben. Er ist hinter dir, Sepp. Hinter dir unten. Die Bombe war hoch. Und die stecken gerade und versuchen hochzuspringen links von dir, Sepp, an der Wand. Scheiße. Ah, Pelle ist wieder einer. Oh, Scheiße, Alter. Nice, Braben. Weißt du nicht, wo ist die Bombe liegt oben? Ja, ich seh sie. Soll ich noch gleich mal eine AWP ist, mich zu doof hier um zu rennen. Pelle, die waren links da auf dem Ding. Wo haben die versucht drauf zu kommen? Ah, du fehlt. Links waren die von dir, Pelle. Ja. Nice. Guck mal. Nice. Boah, Alter, ey. Ich glaube, Trinx spielt mit Diegel-only. Ich bin da für so'n Quatsch zusammen. Ich bin da für so'n Quatsch zusammen. Was meinst du? Also, ich habe gar eine Diegel am Boden gesehen. Na ja, Peter, kannst du nochmal legen? Wat? Äh, ja. Kannst du mal bitte weiter verhafen? Peter, meinst du, wir können das nochmal machen? Danke. Ja, 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 ja. Müssen wir uns beeilen. Das ist bestimmt der, das ist der Gag. Das ist der Überraschungs-Gag, wenn die kommen. Das ist der Jux, der viel belastet. Ja, das ist ein richtiger Jux. So, ich muss den Sprung jetzt schaffen. Ich muss mich konzentrieren. Moment. Ah! Schaff ich's nicht? Oh, ich schaff's auch. So, ich muss dann so, und jetzt muss ich auch springen. Guckst du, unten oder oben? Ja, hab ich. Nice. Wie beides. Geht doch gar nicht. Unten und oben. Okay. Dann guck ich jetzt. Ist ja hier nix. Ne, ich auch nicht. Ja, bis dass du die hörst, stehen die ja schon vor dir. Oh, vielleicht mal die Tudi Mirage. Vielleicht. Du kriegst gleich von unten den Headshot, Bram. Ne, die treffen mich hier oben nicht. Okay, gut. Aber Christian treffen die. Ja, wäre doof, wenn die jetzt durch den beiden Killer kommen. Von wem war die HE? Von mir. Das war ne, keine Ahi, das war ne Ködergranate. Also das war die Köder. Ja, ja, ja. Man kann hier, glaub ich, sich nicht irgendwo... Oh! Hoch! Wusste ich das nicht, ob das man hinterwerfen kann. Die Stille sind ja mal down. Geiße. A. H. A. B? Okay, dann B. B ist aber auch gesmoked worden, oder warst du das Fehler? Nein, weiß ich nicht. Also hier war jetzt die Smoke, aber... Oh B! 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 Alter, der ist da! Ich dachte, Christian schießt einfach so random hinter mir ein bisschen rum. Jetzt bin ich da halt echt schon runtergegangen, weil ich halt ne... Egal, für nächste Runde der Überraschungsmove. Überraschung 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 Wie muss ich das schaffen? Hast du ja eben auf die Tischplatte gehauen? Nein Lacht da der Controller drauf? Ja Hat der wieder Nöppel verloren? Die sind immer noch nicht wieder da Keine Ahnung wo die sind Warum stehst du so weit vorne? Scheiße Ja Oja A klingt nach Party Viel Spaß Peter Oja A Party Scheiße jetzt Ja warte die teilt sich doch mal auf Feles Die sind doch bestimmt alle wieder da Feles hab ich Die machen Ninja Peter pass auf Ich hör ja einen B Ja den macht er selber ne Hab drei Leute weggemacht reicht Das musst du machen Peter Das ist der letzte Hast du richtig ausgezwingt Wirklich? Er wusste nicht dass ich da mit der Familie Und ich will den Clip von Matteo bitte sehen Wie er es nicht versteht was gerade passiert ist Das war echt nice Ich hab meine Abi hier liegen lassen Weil es einer haben möchte Jetzt hab ich gerade eine gekauft Scheiße ich hätte wenn ich einen Taser gehabt hätte ne Ich weiß nicht ob der das verstanden hat Was gerade passiert ist ob wir das nochmal tryen können Probier es Peter Probier es Die werden aber in der Deathkamera gesehen haben Da ich runter gesprungen bin Ja selbst wenn Du guckst vor Sepp ne Ich guck vor Okay Vor allen Dingen ist das jetzt schon Was ist mit Schiff? Da ist drauf Da will keiner drauf Alter da sieht der Wo willst du dich da verstecken? Scheiße der Rest ist Mitte Alle Mitte Alle anderen Mitte Nee nicht alle Mitte Einer ist hier Palace Achso okay Entschuldigung Aber der Rest mit Bomben Mitte Gehen sie hin Darlu komm bitte zu Darlu komm Bitte 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 Darlu komm Mach mal nicht facen Sepp oder? Ist doch gar nicht notwendig eigentlich Ich will den Killer Attack Shit Ja und jetzt bist du tot Darlu kommst Ja und ich auch Scheiße Aua Kommen die eher A oder B? Unten Äh A Also wenn dann Wie nimmst du A? A A Komm Darlux du Ah Okay Sepp du hättest die Face Nein hab ich doch gar nicht Bin auf Death gegangen Was? Das ist Lüge Ja nice Alter einfach mal eine komplette Erstmal 8 mal daneben schießen Und dann einmal direkt ne Header geben Oh Oh Trillux hat schon Taser Taser Trillux Taser Trillux Taser Trillux Die Granaten fliegen gar nicht weit genug Hast du da Piepen hören Jay? Oh Oh Ja Ich bin davon ausgegangen Weil die euch beide gekillt haben Dass die halt wirklich das da rum angegeht Ich glaub da muss ich nicht mehr hinlaufen Das ist doch scheiße Aber ihr habt ne Aave für einen von euch Wer will ne Aave? Ja komm ey Dann nimmst du die Aave Ich kann sie aber kaufen Scheiß Ja komm ey Die haben euch beide gekillt Und dann bin ich halt echt davon ausgegangen Dass die halt da Fuck Ich versteh das Ich hab gar nicht mehr drauf geachtet Ja Was hat schlecht ey Jetzt lohnt sich die zweite Zoomstufe bei der Aave wenigstens Willst du wieder da oben gehen oder nicht? Nee Nee Voll nice ey Du kannst ja wirklich Die brauchst du auch Also unten ist noch kein Aggression Bitte 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 Ich hör wie denn So A bisher Die Flaschen hier in der Mitte rum Oh die waren oben Oben sind die Die sind alle Palace gegangen Was du das? Einer ist auf Holz Die sind eher A oder nicht Oh da steht oben noch ein Palace Einer plantet Einer plantet Einer plantet Ja Der ist aber low Der ist aber low Safe A Der steht hier irgendwo Lauf Die sind alle Nice Ich hast da einfach reingeholt Christian der Cheater ey Okay letzte Runde jetzt Ach der Smoke Hill hier Braucht jemand noch was? Ja danke Nope Also bisher muss ich sagen MP ist super Vielleicht ein paar Kills Jetzt bitte kommt Babe Ich will unbedingt jemand tasern Und das wäre so schön wenn es Matteo oder Dano wäre Das wäre ein geiler Disrespect Das wäre ein geiler Disrespect Das wäre so schön Ja Einen habe ich bitte Hast du da mehr gesehen? Nee Wer steps hier Jay? Könnte wirklich B werden Da kommt Flashes raus Du warst die Brandes Nein 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 Das ist jetzt aber belastend Ja Das ist wirklich gut Scheiße Die sind ja alle B Oh Gott Kuck Dadurch ist schon unten Der ist hinten vor der Bank Na da Der ist hinten vor der Bank Na da Nee Die Bombe liegt hier oben Da sind noch zwei Da kommt der Leo Da kommen die nicht dran Dann heißt der kommt wirklich nur von dem Weg Ja Vielleicht können die nicht boosten Aber ich glaube nicht dass die das schaffen Guck mal reicht ja Oh sie versucht Oh versteckt nicht Versteckt nicht Ja ich weiß Doi Aber vielleicht haben die die Bombe Macht die doch einfach Haben die nicht Oh die pusten sich Die versuchen Die versuchen da hoch zu kommen Nein aber das schaffen die jetzt nicht mehr Das schaffen die jetzt nicht mehr Nice Guck mal Jetzt kannst du dich zeigen Ab jetzt Jetzt kannst du dich zeigen Jetzt ja komm dran Zeig dir doch mal jetzt Nice Geil alter Uff Acht Runden Das sind sieben Runden mehr als wir brauchen Wollten Ja Wir so voll so Boah krass ey Die lachen sich wahrscheinlich die ganze Zeit voll einen ab Ich spiel die ganze Zeit nur mit meinem Pinn B oder B Wir müssen auf jeden Fall hardcore geil stacken jetzt hier Okay dann B Ja dann go B Okay Vielleicht sollte man das gar nicht so ansagen Weil unser Chat dann vielleicht deren Chat sagen kann Hey was denn Unser Chat ist nicht so freudig Peter bei so nem Match echt jetzt Echt ey Keine Ahnung Ich hab eben die ganze Zeit der Pinn gespielt Also so richtig ernst Guck dir mal Trilux an Der hat 6 Kills Lass immer B gehen Okay ich geh vor Kein Thema Wir können hier nicht durch Ich geh davon aus der macht uns alle Wenn der richtig tryhardet macht der uns alle 1 on 5 wird der uns alle machen gar kein Thema Ja glaub ich auch Leider Geschießt schon einer Ja raus Aua Das hat richtig weh getan Oh hinten Lenden nicht vergessen Hinten durch Ja da Achja ich bin da Da liegt Aaaa Also wenn ihr plantet Einziger oben Ja da hat Jay ein bisschen geschlafen Ein bisschen ist gut Habt ihr für Short geplantet? Äh Kitchen mindestens einer Call Short ist einer Bram Short Da war ich schnell genug Da kam Trilux mit der Arm Was das nicht wahr sein Sepp stell dich hinter den Karton Oben Oben Apps Verlox steht rechts von dir Nutzerinfo Ich weiß es Lauf einfach oben her Die dürfen ruhig Ja genau ich muss hier einfach nur Okay Einfach weiterlaufen Ah schaffe ich ihn Messer ihn Messer ihn Weg Renn weg Messer ihn Du kommst eh nicht weit genug Messer ihn Jetzt erstmal der Bombe mit dem Messer entgegen rennen Nice Ja du Du hast gesagt ich soll die Messer nicht Ich war into it Ja weiß du Alter wieso haben wir so viel Kohle Ja ich hätt gern noch ein Land Wieso mehr Soll ich dir noch was legen Peter Ist gut Ich hätt dir AK gelegen können dir so Wieso rennst du trotzdem noch mit Pistol rum Sepp Hä hab ich nicht eine AK gekauft Alter Du hast doch 4.000 Auf was für Schwertsmittel bist du Ich glaub ne Junge Leider auf gar keinen Das ist das Problem wahrscheinlich Ich fake an Das sind zwei Mitte Oh mein Gott du siehst die ja gar nicht auf T Seite Ey vergiss es in die Mitte zu gehen Alles klar Ohne Scheiß Du siehst höchstens so abstören aufwärts siehst du dich Okay ich steh jetzt hier bei B aber alleine und ich geh jetzt nicht vor bis ich hier Nein Peter wir sind bei dir Wir sind fast da A ist gar keiner A ist gar keiner Jay ist ganz alleine auf A Oh da ist nur wer Ein Jungle Palace Und aus Jungle Valley auch Oh Okay jetzt können wir ja drauf gehen dann Haben mich geärgert Ich dachte da war keiner Jay sind da zwei Das gibt voll Damage hier Ja Lente mal Warte was im Amp Ich bleib hier oben Dann guck ich nach hinten oben in den Apps Oh shot Oh hat der direkt kassiert Okay Oh die haben dann dank dir Jay auf A verschoben bin ich mir sicher Äh kann gut fallen Zwei Fenster Zwei Fenster Alter komm deine Modi Hallo Ich hab da nur wieder Oh ich hab zu früh nachkommen Hallo Hallo Wir müssen die Zeit Wir müssen die Zeit Wir müssen sie auf Zeit spielen Auf Zeit Ey musst du ja nicht mehr Nice Bram Junge Bram schlachtet sie einfach Killer Boy Nice Nice Ich bin aber die ganze Zeit in der Säule stink Nein Wat Da war nix knapp Ich hab äh Scheiße Du hast Scheiße Ja Kein Geld Ja kauft doch einfach was MP reich Achso ja kauft Ja Wirklich Auch an alle Leute die armen sind da draußen Ich hab kein Geld Kauft doch einfach Geld Hä Okay So langsam werden die sich überlegen B zu stacken Dann geh ich A Ich geh A Die denken sich jetzt Die denken sich jetzt Jetzt gehen wir A Ja okay Die denken sich auch Jetzt gehen wir A Ich glaub nicht dass die denken dass wir wieder A Äh B gehen Wieder B Ich glaub wir wissen selber nicht Wollen wir gehen Wie sehr liegen die Nerven bei Dalu blank Ich glaub der weint gerade und im Fallen hat einfach die Fußnägel aus Ich glaub und Dalu schreit ein bisschen Ich glaub die haben noch gute Laune Kann mich jemand da hoch boosten Das ist jetzt links einer und oben drauf Haben wir beide gemacht Wir haben beide gemacht Wir haben beide gemacht Alter Ihr müsst planten Wer ist denn der Ich bin plantarino Ich bin plantarino Denk ich mal so dass man hinten immer machen kann Da ist der Flash hinten hin Und HE da hinten noch Oh und Molo machen wir auch noch Es sind nur noch die schlechten Spieler da Könnten die von hinten kommen? Ne oder? Ja klar Ach Quatsch Peter Oh da ist oben drauf einer Den ist schon von halbem Ewigkeit loswerden müssen Und die kommen von hinten Ja Zulux hat mich 79 hab ich dem gegeben Wow Wusstest du Lux? Genau da Toast ist er Was sagst du? War das Ace? Lappen War das rechte Ace? Fuck Wenn ich die ersten beiden auch gemacht hab War das Ace Weil ich hab die letzten drei Da stand aber kein Ace grade Also wird angezeigt Wer will Ich weiß nicht ob es ein Ace war Ich geh mal über Weinkeller Wurde nicht angezeigt Kann man sich pusten? Bram leg mal bitte AK bitte Bitte schnell noch Ja hier Danke Oh Leute Hier ist mal schade Bram einfach Bram der Beste von Pete's Wiener Ich hab 9 Kills Ich bin so klein Ich war am Anfang richtig gut Ich kack nur noch rein Ja Streamer Ist Streamer Ja der Streamerflug Das ist immer dasselbe Das ist ein Quatsch Man kennt ihn in jedem Spiel Der Streamer ist eben am 8 Ist halt echt so Ist einfach legit so Hallo wir machen Tude Mirage Geil Müssen wir jetzt hier unten schleichen schon? Geil Oh Gott Das war Trillux Wer lauter schreit der gewinnt Der hat einen Taser gehabt 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 Der hat einen Taser nicht angesagt Der hat einen Taser nicht angesagt Als ob Das ist ein Taser Geht das? Dann war ich Ja komm Kann ja auch Dann war das Feuer vielleicht ein bisschen unangebracht Weil sich da gerade geplantet hat Ich glaub das geht nicht Ist da auch hochgekommen oder? Nee geht nicht Nee die sind da nicht hochgekommen Okay da ist einer Dalu ist oben drin Ich hab ihn nicht geschafft ihn zu taser Sag mal Dalu einfach geübt Dann hab ich mir jetzt hier noch überall Falschaden hole What the fuck Ich mach Connector Okay ich plante Henschen Ja Oh wenn einer über CT kommt Oh oh Nein ich konnte nicht mehr planten Ihr habt nicht CT gedeckt Ja okay das ist der letzte Der heißt der letzte ist CT Wenn der jetzt CT kommt Und tot Dann gibt der mehr den Header ey Das war echt scheiße Hier gegen die Wand gesprungen Er ist mal hardcore weggeflasht die Wurst Braucht jemand was? Nee Danke Du wir machen das also Wollen wir alle mal eine Rauchgranate kaufen? Und alle aus B was runter smoken Geht das? Und dann nach A laufen? Okay Nee Aber einfach irgendwelche Einfach irgendwie Chaos stiften Reicht doch bestimmt oder? Von B zu A? Ja um den Bombsblock zu smoken Nein einfach irgendwie B smoken Ah Der hat gerade einen Taser Also der hat hier gewartet und wollte euch tasern Ja der war doch nicht geschafft Alter der stand so nah an mir dran der hätte nur einmal kurz klicken müssen Okay smoken Okay smoken Okay smoken Ich hab geworfen Ich hab beide in der Küche gemacht Wir haben auch geworfen Na braun ey Na dann let's go Plant mal hier Plant mal frisch nicht fair 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 Kann sein dass das in deinem Nacken war Das tut mir sehr leid Der spitschung Oh das ist Trillux mit der Autostyper Trillux ist mit der Autostyper Will dein Spuhl Ich hab ihn geflasht Jay Scheiße Wo hast'n du geplantet? Äh kitchen 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 Ich seh das von oben aus Ne von schon aus siehste Ich hab da geplantet Das ist belastend Nein da nicht Rein da ist er Lauf dem nicht alle vor die Autostyper Warum denn nicht? Wollte gegrillt jeder Wollte gegrillt jeder Nice Nice Guck mal Wie viele Punkte geben die uns denn jetzt noch? Ja frag ich mich allerdings auch Brauch jemand was? Äh ne Ja gib mir mal ne AK bitte Ne 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 Ich bin nur überlegen ne Shotguns Wann machen wir jetzt für geile Technik Ne Ja hab ich gesehn Dankeschön Also nicht Mitte gehen Das ist auf jeden Fall schon mal ne geile Taktik Ja Ich schmeiß'n Mitte ne Flash Kommt wenn du gehst unten rum Aber Ich fake A an Ihr könnt mal kurz warten bis ich A an fake okay? Ich geh mal unten rum Meinst du da drauf fallen die Reihen Ich find'n gut Irgendeiner ist Mitte von unten Der kommt da gleich Okay in der Mitte stehen zwei Sniper Habe ich gesagt wir geh'n nicht Mitte? Ja ich wollte da nur anfaken Kurz Köpfchen und wieder weg Ich muss nicht Köpfchen zeigen Ich dachte mir so mit ein paar Nails werfen Geht mal alle Richtung B und ich plant einfach Geht mal alle Richtung A und ich plant B Ja das wird funktionieren Ich Es ist jetzt schon viel zu spät Es ist eine Minute zu 16 Geht mal über Weinkeller Geht mal über Weinkeller Geht mal Richtung Weinkeller Geht einfach mal Richtung Weinkeller Guck die war richtig gut Ich geh jetzt runter zu B Oh leu Okay ich sollte Warte mal Markieren ist nicht Q Da nimmt man sein Messer in die Hand Sondern Jungle in der Ecke Oh ich hab einen Oh da was Ich war doch schon um die Ecke Ich weiß nicht ob die wissen Dass wir nicht A sind Sepp Ja nein die denken wir sind A Die denken wir sind A Der ist eines doch weggerannt Der hat mich beim planten gehört glaube ich Rennen jetzt weg Komm jetzt zu B Jetzt kommen die Sepp du könntest denen jetzt richtig in den Rücken fallen Aber die hören mich ja an Ja okay aber die haben ja genauso Zeitpunkt Und die haben ja den Zeitpunkt Dann müssen sie sich halt umruhen Jetzt muss ich beeilen Jay Oh das ist schlecht Nice Ja Nice Nice Hammer 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 Nice Dann hat funktioniert Ey richtig die Tactics Ich glaub's doch ja nicht ey Das gibt's doch nicht mit so nem Schmutzgewinde ey What the fuck Eieieiei Wohin? Keine Ahnung Lass einfach irgendeinen Quatsch machen Dann scheint das zu funktionieren Was Halt aber die Bombe nimmt aber irgendeiner mit Ne Wir lassen die einfach liegen Du sollt einfach nicht in die Mitte gehen Nur nicht in die Mitte gehen Ja genau das ist ganz wichtig Na Bram lässt sich jetzt abknallen Nein ich flash schon Zweimal Ja guck mal Bram lässt sich jetzt abknallen Ja und wann kommen denn die Die kommen hier oben nicht hoch ne? Ne ich glaube nicht Außer über die äh Treppe halt ne? Das ist mega dumm dass wir uns so aufteilen Das ist echt so ne Map da müssten wir mit Oh Ähm Ja Einen hab ich gemacht den anderen hatte ich noch 33 gedrückt Die sind äh Tunnel gekommen Die sind äh Tunnel gekommen Die sind halt entgegen gepusht Ja die sind halt entgegen gepusht Meins Weinkeller? Ne der Tunnel bei A Da sind die durchgekommen Achso Ich komm zu B Ich hab die Bombe geholt Wie kommst du zu B? Ja hintenrum Also ich bin ja noch am spawnen Dauert also noch ungefähr 45 Sekunden Da ist glaub ich keiner mehr Schieß mal rum auf A Leg mal werf mal äh Granaten und so Wir schaffen das ja nicht mehr auf A Boah Bram muss richtig Gas geben Nooo Renn Bram renn Bram renn Nicht renn Hinter mir kommt keiner Ah da los ist es Jawoll Renn Bram Die wissen halt wo die Bombe ist Weil die haben die halt Bram gesehen Ja wir arbeiten dran Der bleibt da oben Ich guck short Ja bleib oben dann plänt ich für dich Hinter dir ist noch einer Ja Hinter mir kommt einer her Nutze Info Okay Hier 20 Plänt für dich Ja alles gut Versteck dich einfach Kürche Bleib einfach da oben Aber hinter dir war doch einer oder nicht Ja genau Vielleicht kommt der vielleicht kommt der nicht Aber guck einfach so Und wenn der jetzt defused Da ist der letzte hinten die Küche Der ist Küche chill Du musst gar nicht gucken Bist der defused Okay jetzt muss er gucken Hat der ninja defused Der defused Das hat er richtig gut gemacht Hat er sich aber auch Das hat er stark gemacht Das hat er stark gemacht Das lässt sich Dalu nicht nehmen Ja Dalu und Brab haben die meisten Frags Finde ich gut Gleich viel Das finde ich mega Ich komme so langsam in eine Eko-Runde Aber Sepp du kannst mir mal eine AK legen Das wäre ganz geil Alter ich leg dir auch meine Mulde hier auch Ich kann dir auch legen Mal pass auf die sitzen nach rechts und links gerne Ja Da liegt hier links in der Ecke sitzt gerne einer Da sitzt einer Ohhhh Nice Radosch Dammit Also der Diegelding habe ich auch noch nie rausgefühlt wie das fischiert Meils hat damals noch sowas von Heller gegeben Der sitzt rechts oben Aua Ja seid ihr jetzt 2 gegen 4 das wird eng Und die Bombe liegt rum Aua Dadosch hat 3 Kills oder so gemacht Der hat uns richtig auseinandergemacht Trilux ist richtig geil gejumpt Der wollte ne Waffe haben Ah scheiße Oh ich hab 83 hab ich Dalu gedrückt Kacke Eine rote Covernummer Ok Also das mit alle auf A hat nicht funktioniert Ne Das nochmal machen Wir können einfach nochmal alle B gehen und alle smoken B finde ich besser Ich hab nur kein Geld für ne Smoke B B B B B Achso Ich flische Mitte nochmal Zweimal Peter du musst öfter sagen Ja dann denken wir immer da kommt vielleicht einer Ne ich war nur gerade bei Chris und Sam so voll brain up covered Hast du nicht gesagt wir gehen wieder A Dennis hat gesagt wir gehen wieder A Da hab ich gesagt Okay und bin losgelaufen Da meinte Peter bin ich auch losgelaufen Was versichtlicher Scherz Ein kleiner Jux war das Boah Ich hab den nicht mal getroffen Bitte was Ach komm deine Mutter Oh das ist jetzt aber ganz schön belassen Ok Trillux fängt an Der müsste eigentlich geflasht gewesen Ja ein bisschen zumindest geflasht Was war mit Trill Habe ich den nicht getroffen Ja aber die sind jetzt alle B Wir sind am Arsch Wir machen wahrscheinlich jetzt einfach mal geschmeidige 4 Headshots Was hättest du davon Ja dann komm mal ran Ja mach mit Ja ich warte nur auf dich Ich erlaube dir die auch zu machen Oh ja Kitchen Meiner ist Kitchen Oh mein Gott ja direkt steht unten einer Direkt rechts unten Direkt hier? Ja Dann mach ich erst dir den Kitchen Pass auf Ja Seh ich beim Echo Können wir uns echt 14 Runden geben und dann anfangen? Ich glaube schon Ja nur Trill Ja das kann ich anfangen Wir haben schon was gegeben Wir könnten alle ruhig sein und die Klappe halten Und dann irgendwo alle aus dem Palace rausgehen Oder sowas Ja das wäre echt gut Einfach aus dem Palace rausgehen So 20 Sekunden vor Ende Hallo Die hören das nicht Oder? Ne Ne hören die nicht Wir können ja ab hier schon schleichen Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns Scheiße Ich muss noch ein Stück zurück damit ich mich noch verwechseln kann Das ist ja viel größer Naja Ja wir haben ja Zeit Wir haben ja Zeit Wir wollen ja eben bis 20 Sekunden warten Ja das stimmt 20 Sekunden werden nicht reichen bis zum Bombspot zu laufen Das kann sein Das kann sein Ja wir können auch bei 30 raus Ja Lass bei 31 rausgehen Muss ja auch Oh da ist einer geguckt Da hat einer geguckt Ja dann raus Ohne Spaß Wer war das denn? Oh Scheiße Da wusste ja wo wir sind Unten einer Fuck Scheiße Nice War nicht clear genug für mich Aua Alter die ist genau auf deinen Kopf gefallen Oh die ist leer Aua Kacke Der hat Gegner gepiekt Jo Der hat bei uns rein gepiekt Und wusste dann wo wir sind Das ist ja fies Dabei sind wir doch geschlichen Die gucken bestimmt Es gibt Helles Und ihr macht Kaufen wir Ja Kaufen B Oder so Wir machen B Egal B ist das einzige was wir können Haben auch das Gefühl die stacken immer A Vielleicht kommt erst mal der blöde Trilux hier wieder raus Dann warte sie nur einfach ab Peter ist gleich tot Der kommt unten oder? Habe ich nicht wird gehört Ich glaube wir haben das nicht der Brunner gehört Einer steht auch auf den Treppen Bei mir bei A Ah ich sehe grad da durch das Mütze Komm Bram macht so viel Action dann können wir auch B gehen oder? Ja ich bin gerade weggesmoggt kurz Ich glaube nicht Und Ich kann mir das gut vorstellen Let's go Geh runter Ja der sitzt in der Ecke Abgabe schon Ach komm ey Kacke ey Scheiße Trill ist A Spot Ihr habt nur da Lu Vorerst Hätte Trill vielleicht nicht Messer Oben Eps 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 Alter hat der mir instant Headshot gegeben Und da auszieht die Bombe nicht ne? Es ist doch zu kotzen Weißt du wenn ich weiß dass es halt Trillux ist gegen du spielst Dann bist du halt direkt nervöser bei den Schotten Mann Hätte ich Trillux nix messern wollen wär der tot gewesen Machst du nix? Machst du nix? Ja der stand so vor mir und war so mit der Sniper am Gucken Dann bin ich da hingelaufen und hab nicht gemessen Scheiße ey Dann war der leider nicht tot Kann doch nicht wahr sein Lass doch mal mit Tour de Mirage unten machen Sollen wir mit dreifach Flash Mitte gucken? Boah alter Mitte machen die uns weg Der hat aber einen fucking Autosniper ja Safe Also da reicht's auch ne Pfiff Pfiff Du siehst die Leute Du kannst nicht zurückschießen Du kannst nicht zurückschießen Das ist halt das Problem Wenn wir höchstens machen könnten wir Tour de Mirage Ja Da sind wir gerade bei Soll ich um die Ecke flashen? ражieren Nice Schöne Jetzt könnten wir wieder zurück gehen und auf B gehen Das ist richtig Lass halt machen Ja mach mal Einelsach connector Das ist dadurch mit der ARWE Good Norm Wo ist Jay? Ach, man ist doch so lächerlich da sitzt er da im tunnel da los ist das ist alle runter ich blätte wieder so wie ich habe leon ist obendrauf das war die rache scheiße kann man so hin dass man den gar nicht sieht krass das reißig scheiß drauf natürlich kaufen wir sagen loser lounge arbeiten massaker fein ja genug flashes haben flash mit wir nicht sehen dann sehen wir auch nichts ich brauche ein bisschen länger für palace ich weiß nicht ob ihr darauf warten wollte oder vorher schon mal schießen wollte ja plötzlich aus 321 noch nicht jetzt 321 der scheint weiter ein bisschen zwei arme stelle hat mich da hat er mich zurück zurück entschieden hat er mich einfach einsam der nicht geflasht war also die spielst du nicht anders jetzt natürlich die haben die ganze zeit mit uns gespielt nicht so nach dem motto guck mal da ihr könntet ein unentschieden kriegen aber nein ich finde das schon cool ist doch viel geiler als wenn sie uns einfach komplett abschlachten ja das stimmt die letzten 13 runden ich wollte gerade sagen wir machen sie dann die letzten runden die zuschauer mit uns mitgefiebert boah krass guck mal die machen trillux voll weg und also ich habe ja auch hier so mp quatsch und so gemacht alles super das ist nicht schlimm wie den montagsdruck zu verlieren da ist einer ja dann flascht jetzt weg und dann ist er tot okay du musst einfach nur schnell sein das feuer trifft dich nicht das hat nicht funktioniert du musst schneller sein oh wie geil war der jump denn ey ok ich bin schneller mit dem messer in der hand du bleibst stehen einmal kurz du kannst dich doch ducken oh nein du kannst doch rechts hängen gucken du kannst doch rechts hängen gucken hu 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 das war aber dadurch ziemlich gekillt oder ne dann war da du komm ich plante wenigstens noch auch doch nicht peter er plantet vor oben jane nur zur Info du hättest auch ja du hättest auch ja du bist nicky oh die haben ja auch noch 33 gegeben oh gar nix geht das wieder los ach als ob die ninja defuse machen 2 aber gut ninja defuse beim stress scheiße verstehe ich gar nicht ja okay ah okay alles dauer kaufen letzte runde ne jup woher hin äh totem garage alle das mitte gehen totem ihr arsch das mitte alle gehen wäre jetzt mitte und sterben oder was triple flash let's go triple flash aber da brauchst du nicht jetzt schon ich hab' wieder ey der flash geht raus jetzt sie ist halt tot ja das war so klar ihr habt's euch gesagt coole idee haben die überhaupt einen anti-flash-cheat oder so ja die konnten sich einfach ducken fühlt sich an als wenn wir gerade so ein letztes Play wie die Dallas Cowboys gemacht hätten muss ich sagen ja wenn man hier sind guck mal an krallierer lassen wir alle nicht die bitte gehen ja wir wollten eine Runde holen und haben 14 geholt das ist richtig krass das stimmt 14 mal besser als wir erwartet haben so sieht's aus ja vielen Dank für's Zuschauen bis zum nächsten Mal tschüss tschüss tschüss